Ja, hallo, mein Name ist Björn Bettels, ich komme aus Fulda, Edelzell und wir sind jetzt hier am Florenberg, bei dem ich im Gründclub Zweigverein Florenberg der erste Jugendwart im Verein bin. Und ja, ich zeige euch heute mal, was ich mache und unseren schönen Garten der Sinne. Bei uns im Verein, da machen wir viele verschiedene Jugendveranstaltungen, unter anderem betreuen wir hier den Garten der Sinne, hier sehen wir schöne Klangspiele, bei denen man die Geräusche der einzelnen Elemente wahrnehmen kann. Und was ich auch im Verein mache, ist halt viele Jugendveranstaltungen, bei denen gerne viele Kinder mitgehen können und unseren Verein näher kennenlernen, weil wir sind nicht nur Wanderer, wir sind auch Naturschutz, was wichtig ist für die ganze Region und auch wir freuen uns immer über neue Gesichter, die bei unseren Veranstaltungen teilnehmen können. Ja, zum Gründclub gekommen bin ich damals, kurz nach meiner Geburt, habe mich meinem Opa schon im Verein angemeldet und dann bin ich halt quasi so reingewachsen und jetzt kümmere ich mich halt auch um viele organisatorische Dinge, wie Anmeldungen für die Wochenenden, für die Unternehmungen und halt, dass der Verein auch läuft. Dadurch, dass ich ja auch selber weiß, wie es als Teilnehmer ist, macht mir die Arbeit halt als Jugendwart sehr viel Spaß, dann zu sehen, dass andere Kinder daran Spaß haben. Und es macht auch unglaublich viel Spaß, sich mit Jugendlichen zu beschäftigen, weil es einfach auch wirklich lustig ist und man viele tolle Momente zusammen erleben kann. Fällt dir da spontan so ein Moment ein, wo du dir gedacht hast, ja, genau deswegen mache ich? Ja, wenn man zusammen in unserem Zeltlager, zusammen am Lagerfeuer sitzt und einfach reden kann und jeder erzählt einen lustigen Witz und ja, man braucht sich um nichts zu kümmern, sitzt da einfach und jeder hat Spaß, das ist einfach unglaublich toll.